die Neunheit ich freue mich so übertrieben wenn sie so neun ich komm grad nicht rein muss ich mal ein bisschen warten klimatisch und das geht ich bin auch gerade okay die links sieht krass aus die damen links ist die Sieg und wir werden die Lieblingsherr in die 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 ich habe mir ein paar Jahre sonst kommt die Uhr die Kiste der Sitzung ich habe doch auskühlen noch mit sich ausnutzen oder was ich bin Stimmst du grad schon? Nö, bei mir das stimmest du nicht. Nö, bei mir stimmest du nicht. Nö, bei mir stimmest du nicht. Du bist safe nicht mal. doch habe ich ich schwöre ich hab dich abonniert warte aber ich muss kurz erst bei mir reingucken und mir ein abon nehmen dann wenn man mal schauen was sie da zu schreiben pennington pennington 47 hd heißt du ach da da ich hab da ist wieder von ich hab geliked und ich schreibe hi was geht ab hallo und siehst du die kommentare stimmt nicht ich schreibe ja auch nie in den kommentaren ich guck dir jetzt einfach die ganze zeit zu ok kommst du auch nicht rein ich auch nicht und ich habe null zuschauer ich guck mir mal lieber selber zu verabschiedet wenn du hast du mich abonniert ja schon dank das ist es ja kannst du mal sehen ja da so so wie kannst du das sehen kann ich das sehen dass du mich abonniert hast ich habe dich aber abonniert allerdings wie kann ich das sehen auf meinem Kanal sehen keine Ahnung ich gehe auf den Ring ich schätze die einst in drei vier Stunden auf aber ja aber nicht Guck dir überhaupt einer zu ey wie kann man das mit diesem Nike-Bot einstellen komm du zu uns machen ja genau ging kommen ich guck dir gerade auch zu hat mich nicht weil ich muss meine muss machen dass das meine stimmen geteilt wieso hast du mein chat lauheit geschrieben nein warte ich habe meine stimme geteilt hört man mich nicht bei dir wer schreit zurzeit welcher denn welche das doch behindert shit fort ich will nicht wissen was wissen nicht überraschen ich komme das selbst nicht rein ich hab mir jetzt schon hier gegeben und die facken sie sind acht so durch nix ein bisschen sagt ich schon drinnen kommt ich habe nicht nachgeschaut doch auch mein gott ich bin drinnen ich bin drinnen wie du siehst du auch echt nicht überrascht nein gar nichts schnauze ich bin drinnen dann sag ich ja ich höre ich habe es stunde spitz ja neue tüte towers und es kommt es kommt neuer battle pass das war nicht was ich bin noch nicht drin ich hab dir ich hab dir ich hab dir geschickt ja wegen damit schon seine partie jetzt mal beitreten kann ich habe ich habe jetzt mit ihnen geredet ja ich habe es ist er ja gut ich hab gleich aus ich komme nicht rein wie wir drei fast die und ich glaube keiner von uns hat einen zuschauer oder an wir haben schon schon mit ja bin ich spaß die heiße auf youtube ich habe mir durch ich schreibe das bei der mir ein er schreibt ich schreibe ich schreibe sie auch dann auch mal doch mir doch einfach kann ich mir ihn aber nicht merken n ah männer und nicht nur n die erste nicht heißt du gehen mit C er 7 2 so heißt es auf YouTube nein nein das war das gleiche ich will meinen Kanal aber dann zeigt sich schließt stehen ach stimmt hab dich abonniert jetzt hast du wieder 70 aber jetzt ist es uns zu sehen muss ja wer macht das ich habe 0 und du hast auch 0 per die hallo auch nur schlusserei karl ein hab ich guck bei euch die ganze Zeit im Stream sind ja ihr bei mir nicht Prozent in der Allgäufe der Mann ist über das ist ein bisschen noch mal machen er kann sich auch noch machen nach dem Motto das war die Zielverschaffung der Schauscherschaft so ein Mann zu übernehmen und weil ich habe ich habe ein weiterer das sei ein Mann und mann jetzt an das ist ein Mann aus dem Motto-Modell-Gabell-Gabell-Mischung Schau auch gut gemacht mach mich auch mal mod warum muss ich nicht schon mod? ich bin nicht lange da jeder seit dem B200 passen ich bin star, was für ein Digga ich hab mir nicht mehr verliebt ja, ich hab mir nicht mehr verliebt Tch! ja okay, er hat es aber nicht mehr helfen ich habe eine gedoe dann ja ja ich habe ich schwöre was ich zeigte ich bin ja okay ich bin auch noch ein schuladig lecker ich habe ich die heller geil nein 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 kein mobbis ist immer noch abonnenten ja ich hab's ja sowieso gemacht ey king denn man muss das heil es ist rechtlich die jahre den bislang erinnern dass die ehemalige los dann bringt es ein bisschen er hat als ein bietiger wieder muss da kommen wir nur mit zehn langen dann hast du nur 300 mord mit wenn es sich auch an den erster sein mein rekord und zuvor war 15 mann 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 nicht wie m ja 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 kommt 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 sein ja da ist ein krim der selbst von deinem zu meinten verwerben gemacht nix Ne, das ist doch nicht. Ne, das war es aber auch. Ah, 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 ah. Das ist ja klar. Was war das? Ehhh, wer ist das? Ich kann auch gar keinen Kommentar reagieren. Ich schlag nochmal neben mir aus, dass... ...kolle an die Beschreien später aber auch, weil ich sie nicht später nicht. Ich schlug noch den Bremse und guck noch den Bremsen, das geht dann, man. Pikachu! Wer war Pikachu? Hallo. Ey, King. Ja, was ist los? Wie alt bist du? Ja, weiß ich, wenn du sechst, dann bist du bald siebzehn, ich weiß. Irgendwo bald achtzehn. Und jetzt guckst du mir weiter, Alter. Jetzt guckst du mir weiter, Alter. Was ist das? Mh, 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 mh. Okay, das ist nicht gut funktioniert. Jetzt überlegt der Source rein und das Source vor. So gut wie hier jeder. Schau mal, dass es uns einig ist, wenn es einig ist. Einig ist eine Teilzeit zu Tode oder hat es einiger Lieber, jeder von den drei Städten. Ey, man kommt rein! Was macht das? auf paypal habe ich ja noch über 10.000 euro man zum allerersten mal bei der world cup qualifikation mit gespielt ist das ganze neuland also ich habe ich habe gar keine worte dafür leute es war wirklich unglaublich krass man dieses ganze mal mitzuerleben was überhaupt abgeht im endgame und so du hast manchmal wirklich gar keine ahnung was du tun sollst was drücken sollst und so ich war komplett über liebe krass schule fans ihr glaubt nicht was heute passiert ist aber schaut einfach selbst ich fand das richtig richtig ich habe hier ein Video das ist das, was ich gesingen habe, war noch nicht Sex ja, der lebt nicht ja, warum klappt denn das nicht? ja, Digga, jetzt kann der Wähler an ja, der kann noch nicht sein, weil ich hab mich von den Schulwählern eingeloggt warte mal, ich schicke mal die Einstellung was denn, nein, warte, ich dachte, ich hab mein Headset selbst gestimmt drei, zwei ich dachte, ich hatte mein Headset gestimmt, sorry dann stummst jetzt ja, ja, sorry zack, zack doch, hab ich doch also, hey, auf die WLAN ja, ich denk schon ja, ich denk schon na, na, na kann ich vielleicht jetzt wieder mein Handy bekommen? ist das dein Ernst? ich glaub, ich hab nicht gemacht dass du dein Handy nach Schulschutz bekommst was hast du doch nicht verstanden? es ist doch fast die sechste Stunde und sie können da bestimmt deine Ausnahmen machen, oder? ne, kann ich nicht ich denke, du hast ja heute genug geleistet war die Direx nicht deutlich genug? erst hängelst du die ganze Zeit mit dem Unterricht mit dem Handy rum dann ziehst du einem anderen Mitschüler das Handy ab und dann schwendst du auch noch den Unterricht, nur um mit dem geliehenen Handy abzuhängen ich hab deine Eltern zwar noch nicht erreicht, aber ich werd's weiter versuchen boah, warum können sie nicht meine Eltern aus dem Spiel lassen? ganz ehrlich, die haben genügend Probleme da brauchen sie sich auch nicht einzumischen danke, Jocelyn ich hab jetzt kein Dank ey, Leute, was machen wir? ich hab doch gar nichts gemacht hallo, beruhig euch mal alle ein Tag kein WLAN und ihr macht so ne Welle, das ist echt traurig ähm ey, soll ich mich alle in Ruhe lassen? du glaubst du nicht so dumm dann halt die Presse toll, das ist ganz schön frech für ihr ja super, ihr merkt aber schon, dass es bescheuert ist, was ihr macht wegen WLAN, ne? naja, im Grunde genommen war es schon Josies Schuld, dass die Steinmeier so hat durchgegriffen hat und das SchulwLAN abgestellt hat aber ich hab mir jetzt nichts dabei gedacht, um Josies Gesicht zu sagen wenn ihr wissen wollt, wie es weitergegangen, schaltet um 17.10 RTL 2 ein und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren jetzt gibt es von B-Oil eine spezielle Formel für trockene Haut B-Oil Gel für trockene Haut spendet reichhaltige Pflege und nachhaltige Feuchtigkeit klinisch getestet Crunch Royal, Leute, und alles Dankeschön für die 1,1 Millionen Abonnenten und bei Season 9 vor der Tür steht, hab ich mir gedacht, heute gibt's zwar wieder ein Gewinnspiel um euch allen mal wieder was zu drücken wenn ich viele bei der Aktion mitmachen, werde ich bald nochmal ein bisschen mehr V-Bucks verlosen und der zweite Schritt um teilzunehmen ist, ihr müsst mir einfach einen Kommentar schreiben für was ihr das Guthaben wollt, also PS4, PC, Xbox und so weiter und dann noch eure E-Mail-Adresse, auf welchen ich euch den Code senden soll, wenn ihr gewinnt viel Glück an alle und jetzt viel Spaß mit dem meiner Meinung nach Sterl E-Mail-Adresse, sicherlich vorbei Wenn du die heutige Challenge nicht schaffst, werden morgen alle deine Fortnite-Skits gelöscht. Du hast 5 Sekunden Zeit, das Video mit zwei Fingern zu liken und den Kanal zu abonnieren. Falls du es schaffst, schreib es in die Kommentare. Ich werde in diesem Video wieder Zahlen verstecken. Wenn du es schaffst, alle Zahlen zu finden, schreib die Zahlen und deinen Epic-Namen in die Kommentare. Mit etwas Glück werde auch ich dich adden und wir können zusammen zocken. Im heutigen Video schauen wir uns die besten Spiele aus jeder Season an. Fortnite hat sich im Verlauf der Zeit in den verschiedenen Seasons immer wieder stark verändert, sodass verschiedene Skills gefragt waren. Zu Season 1 musste man beispielsweise ein gutes Aim haben und nicht so gut bauen können. Wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler? Hast du jemanden, den du dir gerne anschaust? Schreib es doch mal in die Kommentare. Fangen wir an mit dem besten Spieler aus Season 1, Mr. Grimms. Kein Ninja, kein T-Fu, Mr. Grimms war es, der am Anfang von Fortnite wie kein zweiter dominiert hat. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass er groß rauskommen würde. Fortnite spielen hat er allerdings dann irgendwann aufgegeben, was ich extrem schade fand. Denn das, was der Junge so abgeliefert hat, das war zur damaligen Zeit nicht normal. Jetzt selbst. Das, was der Junge so abgeliefert hat, das war sehr, 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 sehr. Kommen wir zum besten Spieler aus der Season 2. Und das ist Miff. Miff ist mittlerweile gar nicht mehr so hyped, war zur Season 2 allerdings ein überkrasser Spieler. Viele Leute sagen, dass wenn das Turbo-Building nicht eingeführt worden wäre, Miff auch heute noch einer der besten Spieler der Welt wäre. Zur damaligen Zeit konnte Miff auf jeden Fall schon richtig krass bauen. Schaut selbst. Zfoot pulieren. Schaut selbst. Schaut wär einfach. Der beste Spieler aus Season 3 war Ninja. Erinnert ihr euch noch daran, wie sehr er die Gegner verarscht hat? Aus Season 3 konnte Ninja mit seinen Gegnern einfach alles machen, was er wollte. Damals war Ninja einfach lockerer. Er war lustiger, hat öfter mal geschrien und dabei viel Quatsch gemacht. Vermisst du den alten Ninja, der auch mal lauter wurde? Schreib es doch mal in die Kommentare. Hier der Glück. Kommen wir zum besten Spieler aus der Season 4. Der Quan Loco. Und Leute, der ist echt ein wenig verrückt. Sein Skill zur Season 4 war allerdings echt krass. Seine Spezialität war die Double Pump, die er extrem schnell wechseln konnte, um seine Gegner auszuschalten. Aber schaut einfach mal selbst. Vor compositions ist einer Soma in der oftenen Löwe. Zur holding das Gord. Muss du wechseln kannst? Das möchte ich oder so, der Kun? Da, ich dich aus mir a Observação으로 verliebt. Deutha leg kommt! Daut das Lace,豆! Geiger, sp Harper! Oh, das ships auch aufgerext! Machen wir weiter mit dem besten Spieler aus der Season 5. Und in dem Fall ist es kein Spieler, sondern ein ganzer Clan. Team Liquid. Die haben beim damaligen Summer Skirmish dermaßen krass abgeräumt, dass kein anderer eine Chance hatte. Unter anderem wurden der FaZe Clan mit Tfew besiegt. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Seiner hat mit Tfew-Bist. Oh! Get the victory! Flush for them, but Tpo and Poach turn the four. Liquid versus FaZe. Four of the best players in the world right now. There's the Snickies coming on in. Der beste Spieler aus der Season 6 war definitiv Tfew. Tfew konnte zu Season 6 Zeiten ebenfalls einige Turniere gewinnen. Tfew ist einfach ein Spieler, der alles mit sich bringt. Er kann gut bauen, hat mega brutales Aim und die nötige Spielintelligenz. Auch jetzt zu Season 9 zählt Tfew noch zu den besten Fortnite-Spielern der Welt. Wie viele Zuschauer hast du? Wie viele Zuschauer hast du? Hallo? Das fehlt zu viele... Das fehlt zu viele Kommis. Wie viele Zuschauer hast du dann? Guck... Ich guck... Ich guck... Und alle bei mir ist kein Joins. Hä? Span doch gar nicht. Okay, ich schaue mir den Weg jetzt zu. Hm, da kommt es auch nicht rein, ne? Mies, fucking normal, mies. Bei mir schreibt gar niemand was rein. Doch ich. Wann ist Verlosung und wie kann ich mitmachen? Doch bei dir hat eine reingeschrieben, wann ist Verlosung und wann kann ich mitmachen? Nee, wie kann ich mitmachen? Einen in dein Chat geschrieben, per Ding. Nee, das wird mir nicht mal angezeigt, warum das wird zurückgehalten, weil du im Link drin hast, wegen Nightbot. Er hat dein gemacht, dass das die Linkste nennen wird. Äh, Niteris, wie Repile, wann ist es Verlosung? Was Verlosung? Achso. Äh, die, der Kraum Verlosung. Oder was weiß du? Ja, das ist voll, dass das jemand geschrien hat. Ah, ich squeeched voll. Nee, bei mir nicht. Das ist Jolly. Nö, warte. Irgendjemand hat sich gerade einen Stream an. Mono, die gibt's. Niedrigsflipo. Meinst du, dass du besser? Ja. Okay. Ja, ein Teil einer Live-Series ist. Mach ich doch gar nicht, guck nur welche. Ich hab nicht, sondern ich guck. Und jetzt grad guck ich dich ein. Ey, mach mal da rein. Moin, Nied. Nein, ich hab auch einen Zuschauer. Mal schauen, das ist elf oder zwölf. Vielleicht wird das. Äh, ihr habt zwölf. Hm. Ach, Dillen, Dillen. Erwartet irgendwelche Kaka. Muss sich nicht aus, wenn man mal das noch nicht sehen kann. Ich hab Musik aus, ich guck nur. Was, aber ich hab... Mann. Aua. Was? Mann, Mann. 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 Finde ich auch. Boah, ich spiel mich grad wie in diesen 1, 2 und 3. Da hat man auch keine Ahnung, was da reinkommt. Ich hab, dass sie sehen, dass das Feld da ist. Ja, ist auch. Aber das war mir klar, weißt du, wie ist es in der Vergangenheit gewesen, dass von Till wird in der Zukunft heißt, Till muss da sein. Genauso wie eigentlich, dass sie auch da sein müsste. Müsste, aber ich will nicht wissen. Es müsste da sein, weil wir sind in der Zukunft. Sprich, wenn wir in der Zukunft sind, können läserge Waffen reinkommen. Ich wille nachdenken. Ey Mann, wie lang dauert das? Was? Sie wollen, dass ich... Ey, Dylan, schreib mal was im Chat, wenn du noch da bist. Sie wollen, dass ich... Oder schreib der Zuschauer, der mir gerade zuguckt, mal was im Chat. Sie wollen, dass ich... Aha, du bist am Gucken. Nice. Oh, lalala. Oh, voll, die komische Schmerzen. Oh, ich hab gar keinen Bock mehr. Ja. Er ist. Hier ist die Zuschauer von Judy. Da ist die Zuschauer. Wieso? Vielen Dank. Vorhin hatte ich noch 20 Abonnenten, jetzt habe ich nur noch 16. Ich schwöre ich mich mit dir aufwerfen. Bei wem? Bei dir? Oh ihre. Es ist Wannikana. Alle alle abonieren. Ja, wir abonieren. Ja, wir abonieren. Was hast du? 16 Abos hast du. Armer Jolly. Ich geh zu Cash. Mir geh zu Cash nicht. Mir geh zu Cash nicht. Mir geh zu Cash nicht. Mach sie wieder mal. Und die hier oder einer in dem Stream. Du bist so ehrenlos. Verpisch dich. Er abonniert extra nicht. schicken zumindest sehr wichtig perfekt wenig ohne Wünsche Werbung oder Späten wie sich die ich war er der Beobachtung an den Siegnein und er hat das ganz lieben er hat das an der Beobachtung die Erlehrung der Beobachtung ein Geigen die die jetzt jetzt auch so was hat der vor allem 9.00 raus und was hast du wieder wert von den sucht die lüthies Arminar, jetzt lass dich doch herein, du scheiß Fortnite! Ah, du hast Tilt-Trippe. Ei, 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 ei. Mann, ich komm nicht rein! Die Tilt-Trippe ist ein Hard-Nicker-Typ. Hä? Gibt's eine Tilt-Trippe? Was ist das denn? Ich komm nicht rein! Ich rass gleich aus, ich fuhr endlich gleich über alle Berge. Ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Ist so, die Service ist dann. Ei, ich bin drinnen! Ja, ich bin drinnen! Ja, ich bin drinnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mull ran! Ich guck jetzt erstmal den Trailer. Lass den Trailer kenne. oh mein gott die bananer los kanaler ehre der stand wenn ich gerade drehen aber jetzt gleich käme als gleich auf die streiten sich um essen geben wir kein essen mehr ein rabe bricht bei den einen nein ein rabe bricht ne so ein tipp bricht bei den einen eieieiei das ist der sicken ok nee das ist der sicken das war das movie auch wenn er ist alt geworden schon fertig? es ist fertig oh mein gott battle pass nein ich geh kurz rette ey kommst du mit rette? ey kommst du mit rette? ey kommst du mit schnauze? ich muss das battle pass ziehen ojo ich haus ja wissen wir mal wie das funktioniert äh was ist mit 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 aaaaaaah oh mein gott es gibt elf, blass mal rette gehen man shoo erstmal komm ich dir in battle pass hast du rette auch? ey hast du rette? ja der erstes können sie nicht so geil aus aber der zweite glaube ich besser mal gucken hey der zweite erfährt sich ja gar nicht was hat denn auch wie süß zwei steine fett sack er denkt sie ja gar nicht ein schnauze hier ist das geil so geil die sich den zahn checken oh mein gott der neue wenn es ja mal richtig geil ab stufe 63 der dance oh mein gott rechnen macht dann kann sich den erst mal den dance immer so weiter ja wie geil erhebe ich bin 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 nahe an oben an der erinnerung die auch immer noch mal wird da nun nur ein dann kann sie und dann lässt er jetzt gleich schritten was auch noch wie man für die jahre nicht das ist ein komm rein ich meine ich bin einfach level 1 ja der ist geil ne ich auch gefeiert oh mein gott ich guck was ich als herausforderung machen muss okay so ist ja okay Entschuldigung Oh Oh mein Gott Ich rede grad nix Ich weiß nicht wo die Herausforderungen sind Alles Bananen ist wie bald Bananen Alles klar Psst Ich habe gar keine Herausforderungen die mir VIVAX gibt So doof Doch hier tägliche Zerstörung Was habe ich denn hier schon Die Stadtaufklärung Und sonst Der Gruppe Rette 25 überleben in Erfolgreichen Mission Hey jeder Zerstöre 6 Wippen Erfolgreichen Mission Stufe 36 Hey Kommst du jetzt mal Bitte Geht Nee Schließe 10 Mission ab Oh mein Gott Wir müssen 10 Mission abschließen Bitte komm Bitte Nur 10 Mission Oh ich muss pissen Bis gleich Ja Ja aber der 60er gar nix Ja aber der 60er gar nix Das ist nicht mehr Hintergrundmusiker Geht das geil Geht das geil Oh mein Gott Oben hat sich nicht mehr Glück spielen Warte 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 Bist du überhaupt noch da Bist du überhaupt noch da Bist du überhaupt noch da 4 5 6 6 7 Den die man aufhören kann Ey komm mal bitte Ich brauche da nur 2 Ausfahrungen fertig machen Mach einfach hier Ich bin bei Ich bin bei Ich bin das nicht Das ist nicht Das ist nicht Das ist nicht Aktualisiert Krieere Shop Krieere Shop Der Shop hat sie Jeremy goodness Hä Trios Geil TRIOUS also ich bin ich muss gerade hier zwei Räte bis hier machen auch ein Schuss auf jeden Fall man sieht was man will war der ersten sehr gerne kann ich mir das da holen mit anderen wie wachs ja ich habe mich jetzt hat ich glaube das erste Mal dass ich mir den Weg ist und wenn du das was holen mann jetzt können jetzt kann keiner reinkommen ich weiß nicht aber wie viele zuschauer habt ihr ich sag mal der andere soll mich nicht dumm machen hallo Padding 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 ja lad mich ein bis zu den anderen Mann Sturm geflogen Mann was hat der andere mich dann auf Sturm schau mal mir einfach ich mach mal hallo ah jetzt geht's ich mach einfach ich mach einfach ich mach einfach ich mach einfach oh mein Gott ey wer will gleich noch eine Rettung mit Traden ich hab nur 130 gewachsen ich mach aber ich mach Hm. Pein Digga, Yoshi, die kann ja richtig gern machen. Mach mal Yoshi. Es hört so an, als ob du gewöhnen wärst. Ey, alle Infos, alle Infos für 7-9. Achtung, ich bin gespannt. Soll ich euch schon mal sagen? Wie sieht der aus? Nächste Tag, ich würde das sehen. Ich würde das sehen. Ich würde das sehen. Liga, kannst du nicht mitzocken? Ja, du kannst mitzocken. Wenn du nicht abonniert hast. Wenn du nicht abonniert hast. Wenn du nicht abonniert hast. Jungs, ich kling dich auf, Digga. Du kannst mitzocken, indem du einfach auf den 5.5 Epic schreibst. Das ist eine Art Summonat für meinen USF-Mann eingedönnet. Soll ich mich mal. Komm mal, rein. LOL. Nio tötet. Niga-Mall. Ey Digga. Was ist mit Ey Digga? Ich kann nicht beitreten, ich kann nicht beitreten, ich kann nicht beitreten, wir beide streamen zusammen, dass er gesetzt hat, da rein. Ey, Digga, was ist dieser Tunnel hier, dieser Riesentunnel. Ey, du Pummel, jetzt mach doch mal hier. Alle, alle, alle wieder töten, Digga, ich will nicht mehr, Digga, ich zieh sie durch. Oh mein Gott, Schrotwinter. Okay, okay, nur jetzt, ich heil die jetzt schon. Ey, schaut doch rein, nein, finish nicht, ja, ja, komm her, komm bitte her. Es gibt einen Bananen-Shop. Es gibt einen Bananen-Shop. Ausrufezeichen Epic. Äh, bei Jans, heil, willkommen zu. Ja, ja, guck mal. Er hat die Gefahr, er hat die Gefahr, er hat die Gefahr. Oh mein Goooood. Ohh, ohhhhhh BUD DA Auf EPIC Detellfirst Für mich nicht leid Hab ich selber eine E-Mits hier ja ich fand nur auf ne bestimmten Zuschauerzeile die mir nur in Abonnenten der nächste Nacht Und Los geht mit dem Zeigzei ein equalser So jetzt kann ich mich hin mit was was aber ich glaube ich wirklich man muss das aber schon ja ich möchte meine Mannschaft auch mal die Hälfte schon schon es ist die Möchte schlau wegen so so wie die Doppelbettel das was man sein am Ende ja aber dann kannst du das an der Länge Herr und das bringt dir das Leben ich bin ich bin stufe 0 ja es ist so Ich hab dich ausgeschlossen von einem OG-Argon da rein. Der Ding hat den Bartes länger als er zerstört, Digga. Komm, komm, drüber rein jetzt. Ja, warte. Nein! Nein! Ah ja, stimmt, die Pumpe ist aus. Hatte die Pumpe gerade. Ich will sie aber kurz Bananen auswählen. Ich hör mal sehen, wie das aussieht. Und Digga, komm doch schauen, Digga. Schälen deine Eierstöcke. Ja. Der Akku dann zockst du mal so. Nee, ich bin fertig. Ich muss nur noch den Tanz auch Favorit machen. Und den Laden sind aber nicht fertig. Und den Laden sind aber nicht fertig. Und wie viel hast du jetzt? Und wie viel hast du jetzt? Äh... 2.400? Du kannst mir gerne was schenken. Ja, was hast du da? Ja, was hast du da? Boah, Alter. Das ist so behindert. Das ist so behindert. Das macht wieder Null Bock von uns. Was? Wieso? Wieso? Du bist da aber kein Bock. Der Zinnhosn. Sondern wir gehen nach Wiese. Oder besser zerstört nur Megamoll. Der Best إ chợcht mir Megamoll. Das ist so sinnlos. ist die 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 ein das ist ein doch die 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 Geh raus, das muss man sein. Sollt! Das hört sich da rein. Ja, die alten Baps gibt's noch. So, so, das muss man sein. Nein, 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 nein. So, so muss der auch. Kannst mir vielleicht helfen. Ja, mein. Nein, 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 nein. Ey, ey, ich suche die Hand, Alter, man hat keinen Hand mehr. Und was soll ich jetzt kämpfen? Hi, wie du bist du? Oh, 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 ich hab's nix gesagt. Der hat mich gerade Kaps genommen. Nein, nein, die sind direkt, Alter. Look it! Scheiße. Eine Idee, die Season 9, scheiße. Ja, ja. Nö. Season 2, einfach mal. Season 3, ja. Season 3, war noch. Weißt du, was für mich die Beste sind? Season 0, da war alles schlecht, Alter. Hat noch keiner gebaut. Ja, da warst du auch. Da warst du auch scheiße. Da warst du auch scheiße. Da warst du auch scheiße. Wie, meinst du? Bist du auch noch nicht. Dann bist du scheiße auch jetzt. Nein. Bin noch gar kein One 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 gemacht. Trotzdem. Scheiße. Immer One One, immer One One. Immer One One, nie. One One, kriegt nix. Natürlich. Ja, da kann man entscheiden mit One One. Ah, hat ein Mann. 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 Von der Mann war so zu. Wer ist du? Äh,을. Außerisdienst, kannst du. Ja, ich schon. Ich hab wohl noch. Ich hab wohl eine gedrehen, da. Nein, das war schon. Ja, schön. Äh, das wird nicht ganz so lang. hat ich habe gespielt hat sie gewöhnt das ist so alt und das ist und das ist einfach nur seit der Sitzung von Ihnen ja, oh, wie geil ja, voll, voll, voll die sich vielleicht einmal, sie sich scheiß vom Alter, der Menschen die Wünsche in der Nähe von einem stücklich lässt sich in der Wasserzeuge hatten und so da kommen ich will noch ein paar Jahre alt Mieter München ist es gekommen was ist das Oh! Kampfpump! Ich weiß nicht, was auch... Okay, die Sia ist schon ein kleiner, aber... Nein, nein, nein... Das kann man nicht sagen, wenn wir nicht drauf waren... Jetzt geht ihr nicht nicht schlafen! Aufgeben ihr nicht drin! Hat der eckliche Masa geruht? Ja! Ich hab einen gesniped, komm mal her! Ich hab einen gesniped, komm mal her! Ich hab einen gesniped, eingefinisht! Äh, wo da war es? Ja, der einen weiß, wie man hier richtig wo kommt... Der eine liegt noch ein paar, also... Müssen es nur... Mir nehm dich nicht! Schweiß mich so! Oh nein, oh nein, fass mich schon! Geh rein rein! Sprün morgen, pampen! Ja. Hm. 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 Waren wir es gut? super oder ja was dann kommt steht sie zwar aber ein retter hat sich nichts verändern ich aber dann soll er mir aber zu gucken ja okay mach erst schaffst du mir zu was manchen gerade ja guckst du mir dann gerade zu also ja und dann an aber auseinander das baue ich gerade bis es ist ja okay aber hast du mich abonniert ja okay warte dann da muss ich erst an die psn holen bei warte hast du noch gar kein wenn du was ich sag du hast sie geholt ich muss erst mal dinge 10 bis an holen keine ahnung morgen ich brauche aber egal die lindern die lindern um da hat sich darauf holen muss es ist es ist klar dass auch viel besser ab das ist auch besser ich stehe mal in diese Höhe ja gern gegen die Röhre dann kann sie hier liegen Digga, das ist doch zu hart Digga, das kann man doch im Endgame die ganze Zeit machen Schockkarten mit deinem Aufwand und durchschneiden meiner Meinung nach was hat sich die die hier hier Schüsse Sohn Ach, ich hatte Zone Blutelblech ist auch neu ja das ist eine neue Kammerdorf oben, wie den Dings fliegen Prozent die Nürnchen schaue ich in der Tat rein aus der Saison ich möchte das noch kurz vor Camping das ist mega wer ist noch mal bei Epic Bruder hat sich reingeschrieben wieder nur noch 30 Sekunden oder ganz einfach King MFC 72 nein, auf Erfekte sich King Momo 1,2,6,7,6,5 immer tauschen Kratomu angeschossen immer tauschen Kratomu angeschossen Stink in die Ruhe Herr Luftdigger, warum musst du kein Geysieren mehr? Ah, hier ist er Wir müssen jetzt nur noch eine Mission machen dann komm ich auch Was mische ich? Oh nee, Digga Paddy, wo bist du? Paddy, wo bist du? Paddy Genau, auf dem Weg Die Ruhe lässt mich nicht in dir rein Hier vorne Hier vorne Oh, hei Pam, Pam, es ist zu OE Pam, Pam, es ist zu OE Ja Da kann man ein Enkel, ja, was wir machen Okay, wir schatten Oh mein Gott, das ist kein OE Digga, das ist kein Digga, das ist kein Shally Das ist kein Shally Das ist kein Shally Was, 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 was Shally, Shally sind OE Pia geworden Noch stärker? Hmm Mh Was ist das? Was ist das,肉 Was ist das? Umdurchmatch zu activities Schönheit Woh, Zeit Ostern Schnamen Den habe ich extra gemacht Habt ihr A, der er ist? Nö ich habe gar nichts ja okay dann würde ich da kann ich sehen jetzt hätte ich den morgen geholt wieso ja ja ich denke mal den ganzen job wieso war nicht Spaß ist das aber ganz schön Spaß was ist das vielleicht endlich in den Schleimern und MPP ich weiß nicht was Spaß hm 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 die das hat kommt schon schenken warum das war meiner warum kommt schon egal was macht mein teammate hier Ja der ist nämlich nicht so krass. Nein! Der ist jetzt nicht so krass. Ich habe das schon mal keine Zeit. Ich habe das schon mal wieder geholfen. Ich bin so krass. 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 die nicht und ich hab die auch zu hohen wegen dem passwort ja ja weil wir rechtlich 11 was mit mir da und da hat ihn doch einfach party ich komme doch gleich auf ich steuere dann einfach gruppe ok nein nein mama hat er hat er hat er ja 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 du 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 im Was ist irgendwo? Du... Aber meiner Zickzack, ihr kommt hier nicht vorbei. Ihr kleines Pilscher. Du... 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 Schu... Du... 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 Daher daher, huh? Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich! Ahmela, verpiss dich! Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ohmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, verpiss dich! Ohmela, verpiss dich! Ohmela, verpiss dich, du Fettsack! Ahmela, 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 verpiss dich, du Fettsack! Alter, ist wahr? Warte. Scheiß vorn. Ah, den hat... ...geschaut gekauft. Ab zu seinem Park. Ich muss gleich essen gehen. 行不行. Schwierig... Ja, schwierig. Hallo? Wobei, wir sind vier im Moment. Runderschnell Waffen, die nächsten Gegner sind genau brauche. Ja, ich hab da alles schon geblutet. Deshalb platziert hier keine Waffen. Doch, hier nicht. Egal, sie picke den. Ich brauch Blue Life nicht mehr Wohnstadt. Jedas Wohnstadt. Und egal, ist schon Bellenpastel. Schlau, na süß wie... Ah, geil! Ja! Hast du Blue Life? Nein, fast nicht. Du, 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 du... Du, du, du... Ab ein! Ich hole mich mal, die Panzerhock. Schlau? Du, 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 du... Hey, Bruder! Dieser Herr... Der Df, Digger! Oder... Ähh... Ähh... Was wollte ich sagen, Digger? Ich bin hingeblutet. Alles gut. Ich hab vergessen. Mach schon sagen, gut. da krieg ich bis sie ja wer ich bin der alle geholt habe noch eine kampfstraße noch mehr an kann ohne alles einer kommt er hat die hinter der fliegen gerade furchtend das leute im Mai also sie wollen das schlöxen wechseln machen hey Jungs lass mal alles zufrieden ey du das ist echt schon scheiße wie geht das? wie funktioniert diese Kacka einfach? Ich wollte doch, du konntest flexen, nechsen machen. Wie geil das. Alles klar. Die Frage ist halt, wird diese Dinger mal im Echten? Oh mein Gott, wie nice. Ich hab keine Mets mehr. Was? Ich hab keine Mets mehr. Was? Was? Ich bin da. Gegen Schirm. Oh mein Gott, was? Was? Ich hab keine Mets mehr. Ich hab keine Mets mehr. Nein, das war ein Hut. Das war ein Rock, Alter. Schon wieder hineingemockt, Digga. Ich hab keine Mets mehr. 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 Du kannst gleich mitspielen. Oh ja, ja. Wie ich schreie. Oh nein, nein. Ich hab keine Mets mehr. Wie, ich hab nur noch Long esfuerzt. schlicht ja Ja, ich muss nach Töltetauers. Ich muss nach Töltetauers. Tauers. Ich muss nach Töltetauers. Ich muss nach Töltetauers. Wer denn Töltetauers? Ah, wie ein Knall. Ich muss russen. Oh, ich muss russ. Oh, ich muss russ. Ich muss russ. Oh, ich muss russ. Ich muss russ. Oh, mein Gott. Look at for my ass. Oh, mein Gott. Knacks, knacks, knacks. Knacks, knacks. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich liebe Töte doch immer. Hallo. Ja? Kommst du jetzt? Ja, kann ich machen. Ist einer draußen, oder was? Ja, wir warten auf dich. Ach so. Und ich will nicht essen gehen. Ja, ganz lange nicht. Wie? Ich kann nicht, schon. Ich kann nicht, schon. Ich kann nicht, schon. Scheiße. Ah doch, da, ja, ich komme. Ich kann keinen Tanz mehr in der Lobby machen. Ich seh dich nicht mal. Ja, ich bin noch nicht drin. Hä? Ach man, mach doch. Ja, erprobiere ich. Hä? Habt ihr auch privat? Was? Nein, mach auf öffentlich, einfach. Geh kurz. Nee, da kommen gerade viele Leute rein. Geh auf, wie muss auswählen. Ja, mach ich, mach ich. Mach ich, mach ich. Hab ich gemacht. Er hat auch nicht. Da sieht ich auch nicht. Ich, ich liebe es. Das ist der Shop. Ah, das kann ich joinen. Ich kann nicht beitreten, weil du auf Geworthaus. Wie heißt du schon wieder? Juli Rain. Ja. Ich kann nur beitreten. Das will ich nicht. Oder ihr tretet euch alle bei mir einfach rein. Tret einfach bei. Ja. Na, 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 na. Sag, wenn ich drin bin, ne? Ich probiere die ganze Zeit, es rein zu joinen. Ja, ich probiere doch die ganze Zeit. Ich bin drin. Ich war drin. Hey, wie soll ich denn beitreten? Patti. Ach so. Ich dret die ganze Zeit King bei. Ähm, hey, ich kann aber nur King beitreten irgendwie. Hä, hä, ich drück die ganze Zeit beitreten. Das ist so dumm. Ah, ich bin drin. Hier ist er, hier ist doch, nee, hier ist nur noch einer reingekommen. Hä? Mann, wieso kann ich nicht joinen? Das Game ist so buggen. Hey, die ist mir doch gerade beigetreten, du. Oh mein Gott, Digga. Was? Ich bin lost, Alter. Ich bin drin. Ich bin drin, Alter. Fuck. Ja, da ist ein Buch, das tut mir aus, Alter. Ich bin gespannt, Alter. Warum hast du ihn tätigt? Das ist ein Buch und so gewesen. Können wir nach Kuckuck? Nein, lass das nicht kreativ. Nee, gar keinen Bock. Gar keinen Bock, oh Gott. Ich kann wieder dansen, mänzen. Kreativ, gleich verlassen die Partei. Oh, oh, oh. Hat sich sehr nervt. Hm, hm. So Leute, die sagen immer zu mir, lass Wolle-Wohnen machen. Meist du mal gegen Wolle-Wohnen und dann sagen sie immer, ich bin schlecht, obwohl ich sie immer rasiert. Ich kann mich nicht machen. Man kann keinen Wetter zur Schenke. Hey, ich wollte, ich wollte doch wie wirksende geben. Ja, okay, mach, 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 mach das. Nein, du hast doch, du hast ja jetzt schon gekauft. Deswegen. Ja, ich kann mir aber uns kennen mit dem. Ich habe gesagt, nur wenn es war. Nein, du bist ja nicht nur live, oder? Wer? Ich, ich bin live. Ja, ich bin nicht live. Deswegen, Verlass-Party. Hier ist nur live Spaß. Hä? Nee, 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 gar keinen Bock mehr. Das ist ein neues Bücher, aber der letzte, der sie geschrieben hat, ist mit 11.15 gewesen. Wir haben jetzt eine Stunde. Wer? Äh, ich weiß nicht. Was? Hörst du? Äh, ich bin damals schwitzt, weil ich gehe immer tiltet. Ja, okay, das ist schon eine Nacht. Äh, Junge, ich mach deinem Heikel-Rolls. Ich bin so ein bisschen weg, dann. Ja, Heikel-Roll und deinem Dreikilz. Hä? Denk nur so ein bisschen gezockt, ne? Äh, egal, okay, wir müssen mir Heikel-Roll zeigen, dann macht ihr es hier. Äh, ja, es ist schon so. Nee, kein Bock jetzt. Ich bin noch nicht aufs Eingang. Die Mäme ist sich geladen, wie du so, so. Ich kann nicht aufs Blau-Mäude rein. Hä? Hä? Ich helfe dir. Granatenwerfer! Oh, mein Gott! Ich glaube, ich zeige uns hier, wie wir mal leben werden. Ich bin, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich bin Zoltiberg. Ich bin neben Zolti. Ich bin schnell bei dir. Ja, da drüber her. Peng, Peng, Potato Gang. Ey, ein Rothaus, da ist ein Gegner. Der ist aber schlecht. Ich habe noch keine Waffe. Wo ist das denn bei dir? Weil wir... Tega! Ey, Goldene, 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 Goldene... Vorhin, vorhin hat sich ein Solon gemacht, Alter. Da bin ich still gelandet und hatte, ähm, nur zu... Ja, sehr schön, aber es war verprest die Zinsen. Nein, diese. Doch, habe ich. Habt ihr auch dieses, die sind schon Win? Nee. Böö, komm, ich mache mich ein. Doch, der hat auch noch einen Türen oder so. Ach, der hat auch noch einen Türen oder so. Ach, der hat auch noch einen Türen oder so. Ach, der hat auch noch einen Türen oder so. Die sind nämlich ausgerichtet. Ja, würde ich nicht. So, soll das jetzt erzählen, zu uns den nehmen. Ja, gleich, aber lass den ausgehen. N, wir werden dann gleich, wenn man mal bei mir... Ja, egal, 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 egal. Ja, egal, 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 egal. Ob man los, zeig mal, was ist so raus. Vergelt es jetzt an, okay, gar klar, egal, 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 egal. ай-gab. Ich hab, ich hab noch gar keine Punkern. Ich hab noch gar keine Punkern. Halt, der erste Lied, ne? ein auf die Linie darf zu lügen du Lugner auch mal das ist das Leben wie die Flieger Juno er ist hier kann ich retten aber er ist nicht ganz tot ich rette ihn davor er kann ich nicht mal riechen der Pampen die Arme nach Zitzen und er kann noch nicht werden sie sagen ja ich zieh doch schon durch seine Mann warte du längst sie ab ich heiligen ja ich renne doch schon mal ein schimmer geht nicht schneller warte warte ich ich hole seine karte und hier denn und du längst sie ab okay wieso ich heiße sie noch mehr obwohl die taktik die hat sich doch geändert ich komme zu dir nach oben a b c d e f g als gemme kurz mein jäger hast du noch eine punkt davon abc ich hole den kurs hab ihn ich habe keine mits mehr pass auf hab ihn warum jungen das sind die hänge ist die hänge hier ist aber sie sind doch nicht die flinke gehen so riecht ein passend von ganz schluss schnell seine dinge achten muss auch schon okay spieler kann so wie ich auch mal ganz aus dem schluss das ist um die ich die runde nehmen muss und wenn ich die jahre gerne dieses was denn ich hatte die fähigte ich auch als ob der größte Pro der Welt wärst, als ob die Tüte und Ninja kamen, oder? Hä? Findet ihr Ninja gut? Ich find... Jeder sagt... Jeder sagt doch immer Ninja ist gut. Ich find Ninja war früher gut. Ich find... Ich find Nomboala ist der beste Spieler. Ja, Ninja ist früher gut gewesen. Ja, ich bin die beste. Ah nein, das stimmt nicht. Abo-Monguail besser? Ah, okay... Oh, Mann, ich weiß, was anos 90% Ach, den Pumpgunschutz! Ja, meine chemischen Abs개를 så, hey, du musst eine Version! 以前 7 00-unde ich sehe das ist auch die Gelschleifte Schleifung was sie macht den Luftballon da kaputt PEN man muss das Bild sein wo sie selbst ist n im Land nun er hat eine neue Norm ja ja nämlich nicht Prozent kann ich die Munition haben das ist wenn man das schon wieder einmal wenn wir überraschend gehen Spaß Prozent Kien er hat aber auch so wie man sich wenn man mal ein bisschen mehr wie die und muss sein wie es vor allem nicht immer dringend Spaß die Garten ich habe auch nichts und warte mal hat einer von euch pannschuss oder snapper schuss oder er schuss aber im ging es ging es durch alles gelaufen king kannst du uns bisschen muni geben weil du bist vorhin durch alles gelaufen bitteschön hat sich geholfen ich kann die liga ich kann die liga ich kann die liga der handelungen entweder die die kinder natter wieso bereits gemacht verkleidung und ich bin ja ich verstanden nur ich brauche Moni ich brauche auch das heißt es ist es ist ich auch das ist ja mehr mann als ich spiele wenn man ihn hat wenn man mal weiß was er haben kommen wir haben die ich hab zehn anscheinend um erweitern sie haben das weiß ich auch auf der Waffe keine Ahnung Warte ich wollte ich will nicht abhängen Juni ich bin der Zielgerät aber ich bin hier nachdem erlaubt hier sind auch mal reißen kann es mir auch mit seinem Leben geben danke er ist mit ich bin jetzt hier ich kann sehen wie der Hingrad aussieht deswegen nein ich meine ja jetzt wenn wir gewinnen würde ich sehen wie der Hingrad aussieht ja wenn wir gewinnen deswegen bin ich da ey warte vor uns Gegner ne die attackieren euch da hat mit schade die die Leute ich heiße meine Treppe ist umgedreht aber wenn er war mit dem Lächeln der war zwar gesteilt aber egal hab ein letzter hab ihn ja egal ja ich weiß aber ich habe einen schuss wo sind die wo es kommt ganz schluss ich habe einen schuss ich habe einen schuss ja ich bin da ich habe einen schuss ich habe einen schuss so dass es ist egal ja ich bin hier machen meinst du ja 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 das hier dann kommt noch dass sie weil die kommen und e-purschen und um in Deutschland von der Lücke gelaufen wir können die Tische Schildern ein Held weil er eine Komplettung der Gäste Prozent mein Schuss war voll drauf ich habe schon schon so dass ich das Schöpfchen nein nein egal scheiß auf die man die schlechten wenn die gleiche im endgame treffen dann sollen sie lieber ein paar ficken und dann treffen wir die losten entgehen hast du gebaut kannst du ja von allen mit die alte granate ja ich komme komme ich glaube oben auf dach safe warte bleibt du mal sah als ob der oder ja ja bleib du da als ob du so denkt dass du schlecht wärst sehr viel um drauf oder aha es aber ich weiß nicht ob der gut ist also nein dies kann er mein gott der ist eigentlich voll gut ein teammate warte lenkt du die lenktur weil du gegen sein teammate ich fall gegen den unteren der unsere ist genug ne hab ihn wartet dass wir nicht auf uns rakete runter 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 ja komm das ab und das ab und ich habe ich habe meinen gefühlt kommt ja ja oder lassen das noch mal auf jump hat und dann nach ganz oben wo 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 ok ich komme eingebaut nice meine roll nein ehrenlos egal hinterher fliegen hinterher fliegen egal stell dir vor man könnte in der luft schießen dann wäre der so safe tot ich muss aber ein gesetz der ist hier drinnen der sind diesen dingen ich muss nur wieder angeteilt wieso landen kommt kommt man mit ich erfolge mir die ganze zeit mehr hab ihn gefinisht sein team er kommt ich hoffe ich bin abgehoben ja ich komme ich bin abgehoben ich bin mal ein bisschen kölz du ja alles ausgestockt hier ist es ist die team ah sorry eigentlich nicht alles aufgesiebte egal doch doch drei kölz abgestockt ja dann drei kölz aber Leute versaut durch das ding hier durch die tür man halt ich hole ich probiere er wollte auf mich schießen nein er pg pg pp noch mehr pg kommt ab nein ich bin fast weit lasse einfach nur gönnen wo bist du mein gott alter ein aufgeschossen und dann habe ich es abbekommen ja ich habe jumpit komm komm mit komm mit komm mit scheiße komm mit kommt vor uns gegner ne ich geh mit bennys nein ich glaube die auf uns oder die tier auch du eierkopf man editieren das ist auch mal nett wenn ich gebaut hätte ich ihn gesniped da kann ich nichts machen wenn ich mich erschrocken wer hat das gesagt haptik kick ihn kick ihn weil er ist ja essen dann kann wir du damit sieg ja nicht mehr ob der verlassen hat oder gruppe gekickt wurde ich gehe kurz bisschen ich gehe da mal und 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 eigentlich kann man 100 Kills machen, ne, weil wenn derjenige wiederbelebt wird bei diesem Ding da, mit diesem Bus, kann man eigentlich 100 Kills machen. Bäh, er streamt, äh, Dings noch, jo, streamt noch. Oh, ich hab einen Zuschauer, der. Ich hype auf diesen, nein, das Ding ist, ich hab mir Battle Pass geholt, aber hab kein Battle Pass ist genau, ne, du willst ja safe Rühnen holen, ne, wollen wir auf Arsch safe und lass da hin. Komm, komm. So, wieso bist du weit unten schaffst du noch da ist ja gar nicht weit unten sieht nur von ganz oben mal so aus scheiße ich habe nicht mehr spaß ich habe sie schaffen da kommen richtig viele mit die anderen sind davor gelandet probiere bei einer guten waffe zu landen so wie immer ein Tilted Man habe eine Pistole ich habe eine MP ein genockt, ein genockt, nice habe einen gefinisht gib mir die MP Schuss warte sein teammate ist doch... ach die Pump kann gibt es nur noch diese Pump an sein teammate? ja ich sehe sein teammate nicht oh mein Gott hat nicht mehr viel Life nice finde ich ihn ich gebe mir seine Tag hast du ähm Pump Schuss? hä hä wie machst du das? zwei Arsch kann das auch? ja mach ah nicht so gut wie ihr ja äh oha hä wo ist er? keine Ahnung wow 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 die haben die kleine Sibibi, Alter ich komme ah ich sehe ey Junge wie oft will er sich noch unsichtbar machen zwei Schäuse so bei mir holen habe ich dann die medis auch hier ist auch noch einer ist nicht seit die med weil er war hin zum down einfach keine menschen damit habe ich nicht sein wieso kann ich mir das hier vor dem mädchen aber wirklich ich habe wir haben die absolut los der lobby wir sind sonst immer zwei hat sie keine ahnung was um das von zone gehen wenn du mal gucken guckst wie weit die weg ist komm das zone womit wenn ich etwas für eine seilbahn das für eine seilbahn die zu selber für du bist eine zone sohn alles klar wir stehen bei mir kommen wir auch noch mal man kann was für chili wenn ich jetzt mit ziele scheiße wenn ich ihn dann durch die schweiler laufen kann jetzt ist das nicht nüt wenn du nicht ich weiß drauf ich zieh durch naja 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 so diesen könne vor uns gegner vor uns gegner aber die wollen auch in der luft der beider haben einer hat zwei headshots und der andere hat ein headshot ja ja mein armen hat zickzack digga ich feier das aber so hart ich warte auf dich ey gegner ist bei mir scheiße nochmal ey der verfolgt mich der pisser was ein hund der verfolgt mich ich komm zu dir du fliegst falsche richtung scheiße ey und gerade hat mich ein gegner verfolgt jetzt aber nicht mehr aber was ist das für eine geile erfindung nein einer ist bei mir ah einer ist auch bei mir Hilfe ich komm zu dir oh nein die zone scheiße jawohl jawohl in der zone komm lass hier rum auf berg komm hier auf berg a b lass zone nehmen ey lass dieses ding nehmen um in die zone zu kommen ich bin da rein gesprungen ich bin da rein gesprungen ich bin da rein gesprungen nein ich bin da rein gesprungen ich bin da rein gesprungen guck doch das ding ist direkt über uns wir haben letztlich aber erst rein ziehen aber nicht rein ziehen wie rein ziehen kannst du wenn ich mitnehmen von mir wir haben lustiger ja das ist das ist ja das ist was ist so ich gehe jetzt rein ich komme aber so nicht rein guck mal ich kann mich gar nicht rein ziehen hä du bist ja doch auch reingesprungen so habe ich auch gemacht oder mich gestorben einfach ein du hast ich nicht nein das war nur spaß ich los irgendwie finde ich das ihr findet schon geil nur ich bringe die ganze daneben ach ja ach ja ich feiere das irgendwie voll ja ja ähm fliegt mir wieder zurück oh mein Gott noch mehr Gegner alter bei mir sind grad vorher welche gegen die Fresse gedingst bei dir auch? das waren die ja diese Gegner alter die feiten hier nein ich werde angeschossen shit 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 Luft anhalten ich bin vorne so gegner und er willst du dir angreifen ja ne was ich dir die pushen ha 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 nicht woher ich habe mehr hauptschuss als pistol schuss gegner ich weiß nicht gegner fliegt vorbei hatten jetzt hat zwar jetzt ja ich komme ich dachte ich bin wieder ich dann wieder wo ist er so eine reihe ich hab ich hab zu glück nichts aufgeholt hat ein headshot oh mein gott ist weit zu weit einer swat nein runter du auch nein 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 der holt mich nicht der holt mich nicht oh mein gott er holt mich nicht ich hole ihn ich hole ihn ich hole ihn ja wo ist seine karte da warte ich hole ihn ja ja das war nicht scheiße ach scheiße mann oh mann du bist voller hände Alter, jetzt hör ich mal umschuldig. Ach mann, ich bin dumm. Welches Lebe bist du? Welches Lebe bist du? Ähm. 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 Nasenbluten? What is this? Hallo? Hallo? Äh. Loll. Rausgeworfen oder was? Äh. Äh. Der, der grad zuguckt, der kann ja mal was in den Kommentaren schreiben. Ähm. 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 Ehm. Äh. Äh. Klämär. Die, der kann ja mal was in den Kommentaren schreiben. Hallo, hallo. Äh. 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 Body slip. Lady don't happen. Äh. 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 Mmh. Äh. 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 WTF? Das ist so ein Geräusch. WTF? Also der, der mir zuschaut hat Ehre. Solo-Runden. Warte, was geht? Was geht? Eischisch. 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 also musik kann ich dich halt machen wegen copyright muss auch nicht wie die anderen stimmen lassen wir in suiz machen und nicht gar ich kann nicht alle aufgaben ich komme nicht klar es kann mich hat mir nichts so braucht man die neue punkte dies jetzt absolut mega mega Ja, mega geil. Und ich glaube, ich mache mir schon. Äh, what the fuck? Wait, it won't hurt me. Won't hurt me. No, no. Oh my god. Ey. Ich habe mal keine Waffe. Nee, das macht dann sogar... Das macht dann so null. Aber null fun. Das macht dann so absolut null fun. So null. Null kann man null null fun machen. Macht das dann. Das macht dann einfach null fucking nochmal bock. Null. Null. Ach, ich habe einfach den falschen Skin, Leute. Man muss einfach den richtigen Skin anziehen. Oh, dann schafft man es auch. Einfach für du, oder? Ich will so und so. Also derjenige, der mir zuguckt, kann hier mit mir zocken. Epic Name Juli unterstrich. Wait. Wait, you don't hurt me. Don't hurt me. No more. My body's hurt. Wait, you don't hurt me. Don't hurt me. No more. My body's hurt. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. Oh, 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 oh. ähm Shit-d对-d对-da-da Baby-shit-da-da-da-da-da-da Mega... française... Neo-Tilted... Mega mal! Ey die beiden besten Städte sind einfach kaputt und sind schon scheiße gemacht, Mann! Das ist so behindert, ne? Fortnite macht alles kaputt! Ich hoffe an es gibt sie sind alles getiltet, mit allen Städten, ne? Und alle Gegner werden so los. Das ist mir so fein. So wie früher die Zeiten. Oh my god. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Oh my god. Baby, shit. Baby, shit. Baby, shit. Baby, shit. Braucht ne Waffe. Ne, brauche ich. Ich brauche noch Waffe. Ich kämpfe, wenn ich sterbe. Ich bin mega lieb. Hm, wie lustig der die Hälfte. Ja, wie geil der die Hälfte aussieht. Falsch. Falsch. Ah. Meine Waffe connectet doch nix. Nein, das korrektet nix. Wer ist an behinderten Waffen? Ja. Ähm. Ich geh dann jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.